Wir sind jetzt hier wieder in FIFA Karriere, zu Gast in Preston. Es geht jetzt hier los. Armstrong ist wieder halbwegs auskuriert, er sitzt aber auf der Bank, um noch dieses Spiel geschont zu werden. Oh. 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 Gott sei Dank. Marisic, der wird bald aussetzen. Gott sei Dank. 2 Minuten Redaktion So, Halbzeit ist um. Preston, North End spielt hier gut. So, Halbzeit ist um. 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 So, gelbe Karte, Huren geboren. Simon Church betritt das Feld. Schön gesehen, Schulter kann den Pass super mitnehmen. So, Halbzeit ist um. So, Halbzeit ist um. So, Halbzeit ist um. So, Halbzeit ist um. So, schön gemacht, der Pass von Williams auf Church. Jawohl. Da hat die Routine jetzt zugeschlagen. 1 zu 0. Nummer 17, Simon Church. 1 zu 0. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wer betritt das Feld? Oh. Williams! Williams! Oh. Sehr schön, den Ball abtropfen lassen. Schön, Schulte! Fall zu weit vorgelegt. Das wird jetzt hier gelb für die Attacke von vorhin. Oh. Oh. Gott sei Dank. Oh. Oh. So. Es ist aus. Ein 1 zu 0 konnte hier rausgeholt werden. Oh. Wie es dazu kam, seht ihr hier jetzt. Oh. 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 Musik So, gelbe Karte, Huang Bowen. Chancen da und dort. Und jetzt hier Church, der Routinier zum 1 zu 0. Williams hat auch noch eine gute Chance gehabt. Ja, man wird das jetzt hier so machen. Man wird hier vielleicht die Jungen starten lassen. Und ausprobieren. Und dann Church einwechseln. So wird es gemacht. Ich bin der Fanggeber. Wir sehen uns nächste Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao und Baba.